sowohl der rb 31 nach moers um 19 und reinfließt als auch der rb 31 das land schlicht ja der schlicht der nachfolgende um 20.10 fallen heute erfasstlos aus das habe ich auch noch nie so doch schon ein paar mal ein schon ein paar mal aber das ist mal wieder passiert ich sehe auch nirgendwo auch warum oder wie es weiter geht ob es noch etwas ersatzbüste gibt keine ahnung servicelüste jetzt standard ausrede standard absolute standard ausrede der 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 pranz der rhein-ruhrbahn als ob drei bis vier leute gleichzeitig angegangen sind das ist nur ausreden meiner meinung nach